Rumpfseitdehnung Überkreuzen Sie aus dem aufrechten Stand Ihre beiden Beine. Nun heben Sie den Arm des hinteren Beines gestreckt an. Führen Sie den Arm langsam über den Kopf zur gegenläufigen Seite, indem Sie den Rumpf zur Seite neigen. Gehen Sie in die weitestmögliche Seitstreckung und atmen Sie langsam ein und aus. Ihr Blick geht nach vorne. Spüren Sie die Dehnung im seitlichen Rumpf sowie in der seitlichen Bein- und Hüftregion.